Hallo ihr Lieben, ja ich habe wieder ein Unboxing für euch und zwar bin ich diesmal angeschrieben worden von der Firma Fenzels. Ich selbst kannte diese Firma gar nicht und ja, hab da drin mal gestöbert und ich hab was ganz ganz Süßes, zumindest das eine, was ganz ganz Süßes gefunden, wo ich gedacht habe, wer so Kinder hat oder ja, Junggebliebene, für die ist das sicherlich was, bezüglich Weihnachten. Und das möchte ich euch gerne mal zeigen, was ich mir ausgesucht habe. Es sind zwei Artikel. Das machen wir mal zuletzt. Fangen wir erstmal mit diesem an. Und zwar ist das eine Box. Ich bin mal gespannt, weil ich hatte sie jetzt gedacht, die ist breiter, aber wollen wir mal nicht Vorurteile haben. Einfach mal öffnen, weil ich habe nämlich meine Stifte, die ich immer zum Abstreichen von meinen Vorlagen habe, immer so rumliegen. Und ich habe noch nicht richtig das Passende gefunden. Und das ist so eine Holzbox, die ist wie ein Halbmond, so halb. Und dann kann man die irgendwie öffnen und man kann das dann verstauen. Ich schaue jetzt einfach mal. Das ist Diamond Painting. Also es ist beides Diamond Painting. Der Shop Fences hat, ich mache das mal schnell so, hat Diamond Painting, Kreuzsticken, Malen nach Zahlen, dann irgendwelche Siegeltechniken, also verschiedene Sachen. Und ich habe gedacht, ich möchte unbedingt, ach, das ist so, das wird sicherlich dran geklebt dann später. Mal gucken. Das ist so, ich kann gar nicht sagen, Spanplatte, nee, kann ich noch nicht, ich kann es gar nicht genau sagen. Aber ich würde mal sagen, das ist Spanplatte und braun. Hier. Ich habe gedacht, das ist so ein Kasten und dann kann man das einfach nur pinten. Aber gut, man kann es auch versuchen zusammenzubasteln. Das sind die Instruktionen. Im Endeffekt, ich werde das mit euch auf alle Fälle machen, ne. Da mache ich mich wieder zum Obst. Aber dennoch, also das ist diese Box, die ist halt so halbkreismäßig. Und dann kann man das rausziehen und kann das befüllen und wieder reinschieben. Dann ist das halt wie so ein Halbkreis. Ach ja, hier seht ihr, und das kann man hier draufkleben. Hier ist eine Folie, weil das fühlte sich nämlich hier so an. Genau, das fühlte sich nämlich hier so an. Ja, weil ich will unbedingt meine Stifte reinmachen. Es gab verschiedene Motive. Ich habe mich für dieses Motiv entschieden. Ich hatte den Ryan gefragt von Fenzels, der mich angeschrieben hat, ob es für euch irgendwelche Vergünstigungen gibt. Und er hatte gemeint, wenn ihr meinen Vornamen nehmt, Corinna, dann würdet ihr 5% Rabatt bekommen. Ich sage mal, es ist eine gute Sache. 5% besser als nichts. Und für das, dass ich mit diesem Kooperationspartner das erste Mal gearbeitet habe oder arbeite, ist das vollkommen legitim, diese 5%. Wenn man öfters vielleicht was zusammen macht, dann würde ich schon mehr Prozent rausschlagen wollen. Aber vom ersten Mal würde ich sagen, ja, ist das so. Ja, die Diamond Painting Steinchen, das sind ja Kristalle, diese Glitzer Steinchen. Also es sind normale Glitzer Steinchen, so wie wir sie auch kennen und lieben. Das sind größere in orange und in grün. Und dann sind dann hier, die finde ich ja immer niedlich, so eine Röschen. Und hier, schaut mal, da könnte ich auch, also von denen könnte ich auch Narellack. Das ist schick. Ja, also das ist, wie gesagt, diese Box. Die werde ich mal zeitnah machen, weil ich möchte unbedingt meine Stifte dort rein machen und schauen, ob das auch so funktioniert, wie ich mir das denke. Ja, hier ist ein ganz normales Schiffchen mit ein paar Zippbeutelchen, ein kleines Wachsblättchen und diesen einfach Stift. Das ist erstmal das Erste. So, und jetzt, ich bin selbst ganz überrascht, oder ich bin selbst gespannt, sagen wir es mal so. Und zwar ist das eine Weihnachtsbox. Muss ich bloß mal schauen, wie ich das hier aufkriege. Ich habe das gesehen und habe gedacht, ja, also das muss ich unbedingt haben, weil das ist so mit, oh, mit Bastelei. Papier, Papier, Papier. Das sind auch Glitzersteinchen, ein einfaches Kit. Hier sind nur normale kleine Diamond-Painting-Steinchen drinne, Glitzersteinchen. Das ist Sperrholz. Und das hier. So. Und das bastelt man zusammen. Ich will gucken, dass ich das nicht kaputt mache. Wie war das? Also das ist eine Box, die geschlossen ist. War das so? Ich muss mir das gleich nochmal anschauen. Also das ist ein Haus, das kann man painten, also das ist halt nur so umrissmäßig zum painten. Ich glaube, das kann man, wartet mal, ich muss das mal biegen. Ich glaube, das war hier zum Biegen. Ich will es ja nicht kaputt machen, ne? Ich will es nicht kaputt machen, aber ich glaube, das war hier zum Biegen. Ich hoffe, es wackelt nicht so doll. Ach ja. Also das ist eine Box, die kann man hier verschließen. Ich mach die mal hier zu. Wenn man die dann gepintet hat, kann man die verschließen. Ich würde es jetzt nicht machen. Dann hat man eine Box. Dann kann man es aufmachen. Und hier, ich glaube, das konnte man hier so hinstellen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das muss ich nochmal genau anschauen, wie es war. Ne. Auf jeden Fall, ich lasse es mal weg. Gibt es hier solche kleinen, oder ich mach es doch, so eine kleinen Holzaufsteller. Hier mit einem Weihnachtsbaum und Geschenke. Und die kann man dann hier aufstellen. Ich würde mal, ich würde euch gleich ein Bild mal zeigen. Wartet mal, ich will mal schauen, ob ich das gleich finde. Ich zeige euch das mal. Schaut mal. Das ist das Häuschen aufgebaut. Hier davor werden die, das Holzbrettchen hingetan. Und dann kann man die einzelnen Figuren pinten und dann drauf machen. Seht mal. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so klar seht jetzt. Schaut mal. So. Ist das nicht süß? Ich will mal kurz da wieder hin machen, dass ihr es deutlich seht. Ja, also ich nehme das jetzt mal weg und zeige euch das mal so. Also das ist eine kleine Kutsche. Ich weiß gar nicht, inwieweit ihr das schon sehen könnt. Dann hier der Weihnachtsmann mit einer, ja sieht aus wie eine Kuh mit Weihnachtsmütze. Dann ist der, oder das ist ein Wichtel, das ist der Weihnachtsmann mit dem Auto. Und schaut mal hier, der Kleine, wie der lacht. Ja, es sind schöne Sachen bei, also dann ist das hier ein Schlitten. Und ich sage mal, man muss nur ein bisschen painten, aber dennoch, also ich finde das so süß. Das hat mir so gefallen. Da habe ich gedacht, das muss ich unbedingt euch zeigen. Und dann kann man das so aufstellen, jedes Jahr Weihnachten. Ihr wisst ja, ich habe ja meine Weihnachtskrippe und dann kann ich auch mal noch hier sowas hinstellen. Der Weihnachtsbaum, dann ist es ein Geschenk. Und dann habe ich auch hier, guck doch mal, ist der nicht süß? Oh, da wird man noch mal ein Kind. So, ich werde noch mal ein Kind. Dann hier so ein, so ein alter, so ein altes Auto mit Geschenken und Weihnachtsbäumen drauf. Dann ein Schneemann, der darf natürlich nicht fehlen. Zu einer richtigen Weihnachtszeit finde ich dann noch mal ein Weihnachtsbaum mit Geschenken. Und als letztes noch mal ein Auto auch mit Geschenken und einem Weihnachtsbaum drauf. Ja, und dann sind hier diese, diese Felder. Gut, hier ist noch das, die Folie da drauf. Und wahrscheinlich muss man das dann noch richtig rein klopfen. Und dann stellt man das so davor und dann hat man wie so eine kleine Weihnachts-Winter-Zähne. Ja, ja, was sagten ihr dazu? Wie findet ihr denn das? Also ich habe gedacht, das muss ich euch unbedingt vorstellen und zeigen. Und wenn man das geschlossen hat, dann hat man diese Box. Kann das hier alles rein machen dann später. Und dann kann man es, wenn Weihnachten ist, wieder rausholen. Klappt das auf, stellt das hin, nimmt das Brett und legt das damit hin. Ja, und hinten ist das dann noch auf Englisch. Ich hoffe, Santa Claus, das ist ja wahrscheinlich gute Wünsche und auch für deine Familie und Frieden und Glück. So glücklich sein oder wie auch immer dann zu Weihnachten. Ja, meine Lieben, das waren die beiden Sachen, die ich mir von der Firma Fenzels aussuchen durfte. Ich möchte mich bei Firma Fenzels recht herzlich bedanken, dass ich die Möglichkeit hatte, euch die Produkte hier mal vorzustellen. Wie gesagt, mein Rabattcode ist CORINNA mit C und Doppel N. Aber ich schreibe das alles nochmal unten rein. Dann danke ich fürs Zuschauen. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eure Stickliesel. Eure Sticklen L